Jo. C.O. und das Internet. Mal sehen. Ihm geht's ganz sicher gut. Ja Leute, es ist... Ah, da waren die Augen. ... ist wieder soweit. Ihr habt mir mal wieder eure Videos eingesendet, bei denen ihr der Meinung seid. So ein geiles Video. Und normalerweise würde ich ja daraus die geilsten Clips raussuchen, doch dieses Mal waren eure Einsendungen irgendwie anders. Das muss ein Paralleluniversum sein. Androids keep falling on my head. But that doesn't mean my eyes will soon be turned red. Crying's not for me. Ja, seit wann ist Spider-Man so ein Arsch? Remember, with great power. Du Affenschwanz! Und genau so ging es dann auch weiter. Die nächste Einsendung war dann eiskalt das hier. Warum finde ich das so geil? Ich bereue jetzt schon, dieses Video angeklickt zu haben. Was passiert hier? Aber spätestens bei diesem Video hier dachte ich mir nur noch... Humor einfach kaputt, wer dabei lacht. Ich will so nicht mehr existieren. Finde ich witzig. Aber scheiß drauf, da müssen wir jetzt durch. Knallt aber jetzt bei diesem Video ein Like und ein Abo. Und ansonsten sage ich jetzt wie immer... Dachte YouTube erlaubt keine Links. Ähm, ich glaube du kannst es separat nochmal erlauben. Das funktioniert aber dann auch nur manchmal in den Kommentaren Links. Eure Videos, meine Reaktion darauf. Viel Spaß mit dieser Folge von Zeo und das Internet. Los geht's! Zeo und das Internet. Ich glaube YouTube Links können teilweise funktionieren, wenn du die explizit in den Einstellungen erlaubst. Das bin ich. Zu geil, was die Leute sich alles einfallen lassen. Ne, das ist jetzt nicht wahr, oder? Ist das wirklich Wii Sports in einer Fortnite? Oh nein. Fortnite. Oh nein, es ist noch schlimmer als... Wieso heißt es links und nicht rechts? Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Das nennt sich politische Propaganda. Meins wäre es jetzt aber trotzdem nicht. So kreativ. You need to go to work? Yeah. Okay. Boah, das ist ja voll die geile Idee. Oh nein. Boah, das ist ja voll die scheiß Idee. Das war im Original eigentlich genauso. Ich bin listening. Auf behalf der Leute von Lake Town. Auf behalf der Leute von... Auf behalf der Leute von... Auf behalf der Leute von... Aber noch nicht der Held der Steine. Da geht es um den Kanal vom Zeo oder Sio. Ich habe keine Ahnung, wie er ausgesprochen werden muss, möchte, will. Zeo. Sie-i-o. Oh, super. Dieser Kanal, Schande vielleicht auf mein Haupt, war mir völlig unbekannt. Ach, das ist komplett okay. Ich glaube, einige haben von mir noch nie was gehört. Ich habe daraufhin eine Umfrage in meiner WhatsApp-Gruppe gemacht. Dort kannten ihn die meisten auch nicht. Ey, warum ärgerst du mich, Mann? Finde ich witzig. Aber was genau hat er denn jetzt zu meinem Klemm-Baustein-Set gesagt? Das ist ein Speed-Speed-Bild. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt dieses Setup wahnsinnig gut. Das ist lieb, danke. Auch wenn ich den Kanal nicht kenne, ist es mir diese Sache wert, dieses exklusive Set mit gedruckten Teilen, dann doch mein Obolus dabei zu tun. Das ist ja mal geil. Congratulations! Mittlerweile haben wir ja meine Katze, mich als Minifigur und eine supergeile Verpackung mit dazugegeben. Welche Firma produziert das eigentlich? Weil Lego ja safe nicht. Welcher andere Klemm-Baustein-Hersteller macht sowas? All das kam jetzt zu diesem Set mit dazu und das Ganze ohne Preiserhöhung. Natürlich würde ich super gerne noch irgendein... Skip, skip, skip. ...eine Stunde lang sein und wird eben perfekt dafür geeignet sein, sich das anzuschauen, währenddessen man das Set aufbaut. Und halt eben mit diesem Video das zusammenbekommen. Auch skip. Ja, ja, wenigstens nicht in Bayern. Gott, place not Italy or Austria. Hello, Doctor. Where am I? Zu Tirol? Benvenuto, ja? 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 Was soll das? Südtirol ist einer der schönsten Orte der Welt, Mann? Ist so, Morda! Sauber die Gauri, oder? Ja? 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 Dein Schwanz ist lang, wie die Lianen, an denen Tarzan schwingt. Schwang, hätte es sich besser geräumt. Und deine Mom sieht so aus, wie auf Cindy von Marzahn geschminkt. Gott, warte. Das ist viel zu lustig. Wenn andere was anderes behaupten, haben sie einfach Unrecht. Haben sie einfach Unrecht, lasst ein Like. Äh, danke für den Follow. War schlecht. Die Hundehütte von meinem Pitbull ist größer als dein WG-Zimmer. Fuck it. Deine ganze WG ist kleiner als mein Gäste-WC-Spinner. Ich mach. Oh. Moneyboy ist der Beste. Also, wir können uns darauf einigen. Moneyboy und Imp. Geld mit Rap? Ja? Und investier in die Entwicklung erneuerbaren Stroms. Oh, Holmes. Deine Jeans sind nicht fresh, weil sie nicht teuer waren, Holmes. Alter. Messer, Gabel, Schere, Licht. Sind für kleine Kinder nicht. Hm. Ich fick deine Lehrerin morgen nach dem Unterricht. Ey, Moneyboy, hör jetzt auf, Bro. Sonst säuft Sepp seine Mast auf Ex, yo. Puh, Frack. Wenn dir das nicht gefällt, Zeo. Moneyboy. Ich. Also. Moneyboy, es ist so schlecht, dass es wieder witzig ist. Wie diese, wie diese gesamten Clips hier in diesem Video. Zweifel. In den Vulkan. Schütten den Essig gemeinsam mit dem Wasser. In das Glas. Und jetzt kommt die Magie, Freunde. Vulkanausbruch. Hm? Ähm. Einen Moment. Rein damit. Und jetzt Vulkanausbruch. Es ist amazing. Schaut euch diesen Vulkanausbruch an. Mann, es ist so bedrohlich. Komm schon, Bro. Ich muss gerade scheißen. Leute, ihr müsst euch unbedingt mal das ganze Video davon reinziehen. Da wurden einige Sketche von mir nochmal in süßen Animationen umgesetzt. Ich bin gerade ganz alleine hier in der Gondel. Und mir ist echt kalt. Kommt jemand, um mich zu wärmen? Ja, Moment, das haben wir gleich. Dankeschön für die Arbeit an, äh, Artistic Mask. Was, was ein baster Weg ist. Scheiß, ultrasüß, danke dir. Ja, was? Hast du Menschen umgebracht? Natürlich, ja klar. Ich auch. Ja, und? Was ist jetzt damit? Du musst da jedes Mal wieder lachen. Bei Mehmet's Döner-Google-Beitrag bist du sogar in den Fotos. Da haben die Leute einfach irgendwas hochgeladen. Einfach so ein Hamster. Und einfach so ein Stück Fleisch. Hä? Was ist das? Und was ist das? Was ist das? Was ist das? Da was? Da bin ich ja wirklich. Da bin ich ja wirklich. Wie alt ist das hier? Umge, es sieht schon Ewigkeiten nicht mehr so aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist denn da? Alter, stellt euch mal vor, ihr seid so der Döner-Bodenbesitzer und dann... Alter, was ist denn das? Danke für den Follower. Das ist scheiße. Wackel-Verlackel. Was ist das oder was? Okay. Dann kommen wir nun zu eurer Lieblingsrubrik und diese ist natürlich wie immer Musik. Und es tut mir leid, ich habe schon wieder eine Version von... Wackel-Verlackel. Von Take on Me. Ey, Wackel-Verlackel ist... Wenn Wackel-Verlackel in meinen Chat reinschaut, der kriegt VIP. Und ein Sub-Gift von mir höchstpersönlich. Mit reingenommen. Aber erstens ist dieser Song supergeil und zweitens geht es um Elden Ring und das ist einfach zu passend. Aber seht selbst. Elden Ring! Ja! Okay. Das ist ganz okay. We sound unreal. Don't bring ways we smile. Don't bring I'm so done. I'm so done. Seekle dir jetzt deinen Klembau-Set. Die Kampagne geht nur noch wenige Tage. Und natürlich, ganz wichtig, aktiviere die Glocke. Ansonsten, schönes Wochenende. Sauf nicht so viel. Und dein Zeo! Ja, gutes Video, immer ganz unterhaltsam. Wenn ihr die Reaktion gerade auf YouTube seht, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ja, muss auch mal sein, entspannteres Thema.